ja zukunft des einkaufens heute ja heute auf der euro shop es ist noch nicht offiziell aber auf der euro shop fläche im jahr 2017 und hier wird noch fleißig gewerkelt damit für morgen alles fit ist und ja schauen uns schon mal um und werden aber auch in den nächsten tagen immer mal wieder hier bei youtube oder auch bei twitter über die neuigkeiten im handel berichten ja und wir machen heute mal was neues nämlich wunschfernsehen hier unten in die beiträge reinschreiben was ihr gerne sehen wollt von der euro shop und wir werden dann hier auf dem youtube kanal die entsprechenden videos dazu einfach mal zeigen also wunschfernsehen was ist für euch wichtig im handel und vor allen dingen in dem was zukunft des einkaufens angeht dann sehen wir uns bis bald